Mit den richtigen Informationen über die aktuelle Verkehrslage können Sie Zeit und Benzin sparen und vor allem Ihre Nerven schonen. Navtec Traffic ist der einzige Service, der Ihrem Navi die Verkehrsinfos für alle Autobahnen und alle Bundesstraßen per Radiokanal sendet. Insgesamt deckt der Dienst das bundesdeutsche Straßennetz mit einer Gesamtlänge von mehr als 100.000 Kilometern ab und umfasst somit viermal so viele Straßen wie der öffentliche TMC-Dienst. Navtec Traffic informiert Sie per Radiokanal viermal schneller über Staus und aktuelle Verkehrshindernisse und Ihr Gerät erhält die Infos dreimal häufiger als die Nutzer des herkömmlichen TMC-Services. Wenn Sie wegen Regen, Glatteis oder Aquaplan in Gefahr langsamer fahren sollten, erhalten Sie aktuelle Wetterwarnungen für die entsprechenden Streckenabschnitte auf Ihrer Route. Navtec besitzt eigene Sensoren, die an Autobahnbrücken angebracht und quer über das deutsche Straßennetz verteilt sind. Sie erfassen Daten und liefern in Echtzeit exakte Informationen über den Verkehrsfluss und die Verkehrsdichte. Damit greift unser Verkehrsinfo-Service Navtec Traffic auf fast doppelt so viele dieser Datenquellen zurück als andere Verkehrsinfo-Services. Doch damit nicht genug. Hinzu kommt eine weitere wichtige und vor allem aktive Quelle. Und das sind sie selbst. Viele mobile Endgeräte, die sogenannten Connected Devices, übertragen entlang ihrer Route Infos, die anonym bei uns ankommen. Diese bezeichnen wir als GPS-Probes. Sie werden im Rechenzentrum zu Verkehrsmeldungen verarbeitet. Das Verfahren nennen wir Probe-Sourcing. Die von den mobilen Endgeräten in bestimmten Zeitfenstern gesendeten Informationen spiegeln die reale Verkehrslage nahezu in Echtzeit wider. Und genau dieses Probe-Sourcing macht den großen Unterschied. Bei Navtec Traffic laufen Millionen an Bewegtdaten zusammen. Damit bieten wir für Ihr Gerät den einzigen Verkehrsinfo-Service per Radiokanal in Deutschland an, der sowohl auf Echtzeitdaten von Autobahnsensoren als auch auf Bewegtinfos basiert. Insgesamt fließen alle Daten im Navtec Traffic Verkehrscenter zusammen. Und dort werden die vielen kleinen Einzelteile in definierten Prozessen weiterverarbeitet. Und nur wenige Minuten später werden vollständige Verkehrsmeldungen zum Fahrer zurückgesendet. Unsere Verkehrsmeldungen sind in ganz Deutschland und in anderen europäischen Ländern verfügbar. Und Sie können diese mit Ihrem Smartphone, auf Ihrem tragbaren Navi, über Ihr fest eingebautes System im Auto oder auch mit einer Telematiklösung im LKW empfangen. Die Antwort auf die schnelle und sichere Ankunft am Ziel beginnt mit der Frage nach dem richtigen Verkehrsinformations-Service. Navtec Traffic !